Und damit bin ich euch recht herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Let's Collect der Panini Super Bundesliga Sticker 2006 2007 und wir reißen auch direkt auf hier und starten mit Bielefelds Bernd Korsinitz 72 dann die Hannoveraner Mannschaftsfoto links unten der HSV mit oh wie heißt er ist das Bubaka Sanogo bin ich falsch oder bin ich richtig ich weiß es nicht ganz genau wir werden es gleich erfahren Markus Bollmann von Bielefeld VfB Stuttgart und italienische Fans zur WM 2006 Energie Cottbus Daniel Gunkel Rocke Junior Leverkusen Sotirios Kirajakis Jakos das Silber von Energie Arne Friedrich HOE Hertha BSC und die Bayer Arena sehr 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 cool Dann Hertha BSC Mannschaftsfoto Per Kluge für die Gladbacher HSV Mannschaftsfoto Schlaudrach für Aachen Tim Wiese Geil 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 und das ist auch schon die Reihenfolge drei Packs mal gucken wie viele wir heute doppelt haben sollten wir heute wieder einige doppelt haben werde ich ab der nächsten Folge denke ich mal vier Packs nehmen oder vielleicht sogar fünf dass wir hier ein bisschen mehr vorankommen zack wir starten mit der zwei und natürlich gerade gesagt ist direkt doppelt lächerlich lächerlich Jan Schlaudrach Jan Schlaudrach ist aber nicht lächerlich Jan Schlaudrach ist jetzt in unserem Stickerheft Vogelwild Vogelwild Arne Friedrich das hätte ich gewusst wenn ich ein doppelt hätte der El Capitano deswegen halt schön shiny Sticker sehr nice dann Bielefeld da habe ich auch schon ein paar aber Markus Bollmann ist es ein Glück nicht aber ihr seht den Spieler darunter und das ist der Spieler den ich als erstes heute vorgelesen habe es ist der kleine Penner Bernd wieso sage ich Penner ich weiß es ist nicht nett aber ich bin sauer ich bin sauer dass wir Bernd schon hatten Tim Wiese haben wir ein Glück noch nicht weil dann hätte er auch jeden anderen also hätten wir Tim Wiese doppelt hätte er jeden anderen Sticker aus dem Stickerheft vermöbelt 154 jawohl das Silber Energie Cottbus 157 leider doppelt ja denke Leute ich werde ab der nächsten Folge mehr Päckchen öffnen das kann ich euch direkt sagen ich wollte es mir heute nochmal angucken aber jetzt sind wir auch schon wieder direkt wie viel sind hier doppelt ja guck mal vier Sticker sind direkt doppelt das ist zu viel leider dafür guckt mal euch Leute guckt euch das an man erkennt gar nicht dass es zwei Sticker sind oder so und wer ist das wer ist der Neuzugang es ist Bubakasanogo oder steht das irgendwo das steht nirgendwo da aber Bubakasanogo ist auf jeden Fall im Kader habe ich gerade nachgeschaut im Kader von den Hamburgern 253 96 zack dann die Bayarena und natürlich haben wir diese rechte Seite schon mamma mia da Rocke Junior drin Per Kluge drin noch zwei Sticker da müssen wir ordentlich nach vorne blättern zum VfB Stuttgart der Sticker ist doppelt das ist so lächerlich man und ich glaube die Italiener haben wir auch schon ne haben wir noch nicht aber besser danke zack jawoll ok wie viele Sticker waren am Ende doppelt leider zu viele aber ey ich einfache ab der nächsten Folge mehr ich lasse ein Like, ein Abo wir sehen uns beim nächsten Mal tschüss wir sind aus confirms im ich Bis zum nächsten Mal.